Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sun Monster Forest. Der Spot ist wieder mit dabei. Wir haben hier noch ein paar Pfeile. Allerdings könnten wir noch mal gucken, ob wir noch ein paar Pfeile machen können. So, ein paar kleine Steine, dann mal zu. Und ein paar Federn. Ich weiß gar nicht, wie viele Federn wir dafür brauchen. Machen wir das mal so und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen was kriegen. So, den hier. Na, was hast du jetzt schon wieder? Voll. Okay. Okay, da kann ich keine Pfeile mehr reinpacken. Hier müssen wir mal kurz nachgucken. Wo sind denn unsere Pfeile? Oh. Oh, man sieht die gar nicht mehr. Hä? Da sind auch nur Taschen drunter. Können wir eigentlich auch nochmal auspacken. Taschen, 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 Taschen. Klebeband und Geld. Draht und Klebeband. Au. Aaaaah. Aaaaah. Oh. Ach, hierfür brauchen wir noch ein Seil. Huim. Und hier kann gleich der nächste runter gehen. Ruckpudup. Abmarsch. Abmarsch. Und Abmarsch. So entspannt mit der Art. Ja. Voll und ganz ey. Ich bin doch mal lustig. So. Und gleich wieder die nächsten da hin. Ehh. Man könnte das auch mit dreimal richtig gut machen. Und auch von weiter weg irgendwie was zu holen. Ohne Probleme. Ja. Hier haben wir so eine Zwischenstelle. Ja. Da kann man da sogar selber was abhaken. Und dann. Oh. Danke. Super. Danke. 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 Vorsicht. Hauptsache selbst mal eine Knarre in der Hand. Und du kannst die Baumstämme auch hochschicken. Ja. Habe ich auch gerade gemerkt, als ich die falsche Richtung geguckt habe. Ja. Das ist also auch gar kein Thema. Und so kann man das ordentlich schön transportieren. Ohne Wenn und Aber. Du kannst sogar selber wieder hochfahren. Ja. In der Hand. Okay. Dann rein. Ich biffe es natürlich nicht so schön. Wie. Wie. Machen doch gerade... Machen gerade Holz. Oh, die fahren schon wieder hinten rüber. Hä? Die fahren schon wieder hinten raus. Oh, es war schon wieder so viel. Ja. Ich fahr mal einen kurz runter. Ja. Brock, erst mal den Baumstumpf zu Schnee gekriegt. Ja. Ja, aber rausgefallen sind sie noch nicht. Hui, hui. Oh. Moin. Na? Na. So. Okay. Da kannst du watschen. Die müsste auch immer durchlatschen, ne? Die müsste auch immer durchlatschen, ne? So. So. Ach, ich muss niesen, ne? Bis dann bereit. Danke. Warte mal, hast du die wieder schräg rangemacht oder hast du die wieder schräg rangemacht? Machen. Ja, doch, wir wissen, du hast Hunger, du hast, du hast, du hast alles. Das ist alles gleichzeitig. Ja, das sieht jetzt um aus dem Dach, das ist so prickelnd. Ja, das Tier. Ja, das Tier. Ja, das Tier. Oh, schon. Au. Ja, kommst du denn da? Uh. Ja. Ja, komm mal nicht. Das klingt blott. Ja. Wir hätten ja auch ein bisschen Holz, ne? Ja. Jetzt wissen wir nicht das Problem. Ja. Wie war das denn? Das heißt, jetzt müssen wir eine Unterkonstruktion bauen, für das Dach, damit das hält, und dann alles wegnehmen. Ich weiß nicht, ob das... Das heißt, das muss ja eigentlich... Müssen wir hier erstmal alles vollbauen, genau. Und im Endeffekt muss das mitgenommen werden, wenn das alles gebaut ist. Genau, wir müssen mal eine Reihe bauen, und dann müssen wir da die Seitendinger mit reinmachen, und dann können wir die Mittleren wieder rausnehmen. Genau. So, und jetzt... Ah, das Problem ist allerdings das... Ich kann die Seitendinger an. Okay, ich weiß, was ich sagen will. Ich weiß nicht, aber ich habe gedacht, vielleicht mal von der anderen Seite Holz besuchen. Meinst du? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich mit das... Teil... Oha. Wo ist denn das hier? So, ich habe mir gar nicht nachgelangen. Warte mal, ich trinke mal kurz was. Aber ich habe gar nichts mehr mit zu trinken. Haha. Ja. Da war ja was. So. So. Mal kurz gucken, ob wir hier noch ein bisschen was aufhängen können. Falscher Knopf. Schainsaw. 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 So. Jetzt haben wir mal kurz gegessen. Wuchst. Wuchst dann mal eben. Ja, gut. Dann wollen wir mal kurz alles mit fällen. Okay. $330 hier. Okay. Komm schon. Fuck was. Komm schon. исторische Knänge? Ja. kannst du mich wieder belegen ich habe ein baum auf dem kopf bekommen kommt uns sofort wieder mann mein gott dass du heilsam ach doch noch ein baum okay schickst du schon mal weiter und ich kann dir das wieder zu schicken sonst ist wohl die hälfte des bereichen das ist da ist ein baumstumpf aber das hat ja vorher auch mal so gepasst also ja ich habe das seiljahr bis bei den mussten wo weg machen dann nütze nun alles nix in der zwischenzeit schicke ich schon mal alles da voll jetzt hängt die beide bei mir rum warum hängt die denn jetzt beide bei mir rum können die irgendwo anders hingehen vielleicht das erste ist weg und das war nicht so groß ist hier mal hinterher ja wie du meint er hier steht das ist immer zur mittelstation und dann schicke ich das hinterher wenn ich hier meine durch habe ist hin zu voll geworden er wurde erstmal rum und dann schicke ich gleich nach das ist eigentlich wieder vorne raus gekommen so sollte das er nun nicht seit der dreist vorne wieder rauskommt der ganze dreck so haben wir jetzt hier noch mehr ne ich glaub das war's erstmal ne kann ich schon was nachschicken oder brauchst du noch einen Augenblick wenn ich mich nicht selbst gerade töte theoretisch ja theoretisch gut dann schicke ich mal die ersten beiden vielleicht doch ein paar mehr da könntest du aufhören die weg hier zu treten danke wirst du jetzt mal bitte auf warum hängt die beide eigentlich die ganze Zeit bei mir rum habt ihr eigentlich gar keine anderen Sorgen geh doch mal weg hä warum ist das muss ich nicht verstehen so und den hier noch und das war's ich komm auch mit runter so oh oh au schön hier irgendwo hier der der da da geht nicht so geht nicht ist das so machst du das jetzt muss er ja bilderkonstruktion das sei eine halbe umrufen und ich ich Prozent Prozent wir könnten ja hier Flachdach machen jetzt ist ja mein Vorhaben so das Flachdach und dann mit dem Seil zu so gut dass das man da drauf gehen kann mach du die Halben dann mach ich die ganzen umrufen Hä? jetzt soll ich meine Ketten CD wegpacken so gehen wir auch mal dazwischen ich kann leider nichts sehen weil die Sonne gerade blendet da war es so Bildekonstruktionen Bildekonstruktionen ja 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 Zupi Dupi, Zupi Dupi, Zupi Dupi. Ja, mit dem alle Pferd hin. Wer will da nicht? Warum auch noch mal? Hä? Was, die nicht sein, entschlossen? Was? Nee, ich war... Nee, ich war... Was? Nee, ich war... Nein? Nein. Hm. 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 Wo geht das denn nicht? Aber... Der ist Heide, ne? Ah! Warte! Was? Hä? Das geht ja nicht. Ja, warte doch. Warte jetzt. Ja, sofort. Die hol ich gar nicht hin. Nein. Mann! Das ist der auch nicht einfach ein Teil da abnehmen kann. Mann! Mann! Warte mal. Pappen wir mal kurz hier hin. Wo sind denn jetzt die Heiden hinter? Da ist ein Heiber. Не. Ah! Das... Das ist... Ich hab mir noch was verpackt. Hm. Ja! Oh. 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 Fliegen überall Hölzer rum. So und so, alles klar. Das heißt also jetzt können wir das Mittelstück da eigentlich wegreißen. Zu Ende machen. Die kommen ja. Alle die schmeißen wir mal da raus. Hast du alle dazwischen gesetzt? Ja. Alles was auf den Kopf gekriegt. Hä? Oh, wir passen doch zwei Stücken. Wir müssen raus. Hier ist wohl noch einer. Achso, Kevin. Den da hin, den da hin. Muss ich nicht verstehen, oder? Ich bin runtergeplomst. Ich lebe jetzt ein Stück auf dem Dach. Allerdings komme ich da so erstmal nicht hin. Na, hier liegt nichts auf dem Dach. Hä? Wo ist der andere denn hingefallen? Verstehst du? Hä? Verschollen? Tja, keine Ahnung. Das ist ja schon fertig. Jo. Was auf der anderen Seite soll genauso sein oder sollte das nur nach außen hin sein? Äh, das mit den Beuchten und Absperrungen hier. Ne, das ist nur nach außen. Weil ich dachte, das ist schon geil. Wenn du das hier so ein bisschen zu gebaut hast, so als Außenterrasse gehst du hier raus, kannst du hier genau die Berge, Fluss, so... Oh. 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 Ist das so? Ne, ist auch gut. Dann... Äh. Was hieß das? Hypokrasam. Was ist da denn komisches? So, ihr Lieben. Das war's denn mal mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dann. Tschüss.